Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Wir sind wieder in England unterwegs und zwar in York. Schon ein paar mal durchgefahren in TS Classic. Und die Karte hier, wo das Video jetzt hier gemacht wird, vor kurzem für Update 11 aktualisiert. Mittlerweile gibt es schon ein höheres Update. Und ja, wir schauen uns das erst mal hier an. Ich würde sagen, wir werden mal die Zeit hier starten. Wir haben schon den ersten Zug von First. Der kann die ganze 200 fahren. Möchte auf York Gleis 9. Ja, bitte permanent hier einstellen. Gleis 9 ist da oben. Dann hätten wir das. Ich frage mich gerade, ob ich mit Autorcept spielen soll. Ähm. Bzw. wir werden das hier mal schon mal automatisch einstellen. So. Das ist ja eh auch schon. Das, was man automatisieren kann, das tun wir automatisieren. Und zwar machen das mal bei den Lines hier so. Fürs erste. So, da sind ja da 34 unterwegs. Check Trainspeed and use the right lines. Slow, line, fast. Und da werden wir es halt jedes Mal aussuchen. Da oben haben wir noch ein bisschen Abstellgedöns. Mal schauen, ob wir das brauchen werden. Der nächste dazu kommt von Church Fenton Gleis 4. Ja, eh gleich da. Ähm. Weiß was, ich mach das mal. Dass man hier automatisch annehmen. Und so. Es ist automatisch eingestellt. Doncaster machen wir auch mal automatisch. Und in der Station York. Okay. Okay. Da brauchen wir automatisch wenden. Glaube ich erstmal nicht. Aber wir werden hier auch sagen, automatisch annehmen. Denn ich habe ein bisschen angezuckt. Hier kommen Züge raus. Da würde ich nicht automatisch annehmen. Dann machen wir es auch hier. Ja. Automatisch annehmen. Dankeschön. Und auch hier. Dankeschön. Okay. Dann hätten wir es auch. Church Fenton Gleis 4. Der will auf die 11. Wer darf fast durchsehen. 200er. Söderle. Einmal auf die 11. Und dann haben wir von First Gleis 2 um 8 Uhr. Der wird 160. Kommt eh auf das rein. Und will dann auf Gleis 3. Gleis 3. Gleis 3. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach das da hinten. Es ist auch interessant. Ob das mal durchgängig war? Ich habe jetzt den Banner von York nicht mehr im Kopf. Das ist jedenfalls eine interessante Bauart hier so. Okay. Dann wäre auch der erledigt. Und von York 2 kommt ein Zug raus. Der will nach Melton. Melton 1. Weißt du was? Melton. Wir werden dich mal sperren. Ich will das sehen. Das ist eh auch der Zug, der von York da kommt. Okay. Dann kann ich das für dich auch schon mal einstellen. Ja, dann ist ja alles schon mal vorerledigt. Neues. Warum bist eigentlich du hier? Ich brauche dich nicht. So. Pass forward. 26 Züge. Eine Stunde soll es dauern. Das ist so quasi einmal die Rush Hour. Okay. Wir haben York Gleis 6. Ein 160er Zug. Der bleibt hier kurz stehen. Fährt um 7 nach nach Church Fenton 1. Das passt doch überein mit der Slow Line. Kollege. Wann fährst denn du ab? Der fährst um 3 ab. Und fährst nach 3. 3 ist hier oben. Fährst auf die Schnelle. Perfekt. Auch schon erledigt. Harrogate 1. Das ist da oben. Der Kollege möchte auf 11. Das ist besetzt. Ey, du Kollege. Du fährst um 7 weg. Okay. Wann bist du? Warte mal, wo war der? Der fährt um 7 weg. Um 11 soll er da sein. Ich habe hier nur ein Gleis da so runter. Ich glaube, da werden wir so eine Übung machen, dass wir den Zug vom Gleis 11 1 runterschicken. Dann kann der oben rein. Moment. Wo muss der hin? Der hier. Ne, war falsch. Der hier. Also, na, warte mal. Das sind upcoming trains. Moment mal. Wo ist die alte Ansicht? Ähm. Ciao, Overview. Das da. Sag mal, warum komme ich jetzt nicht? Ja, hier. First 3. 3 ist da oben. Ja, das geht sich aus, wenn du da einmal da runterfährst und dann wieder da rauf. Das geht. Theoretisch. Du bist auf die 1. Du bleibst aber noch 5 Minuten. Auch kein Problem. Können wir schon mal einstellen. Hier auf die 1. Und dann auch ab die Post. Geil, Matiko. So, ich bin ganz gleich wieder bei euch. So, jetzt war es aber schon. Cool. Äh, der... Naja, kein Stress da oben. Äh, du fährst dann bitte hier so. Und fährst dann auf die 11. 3, Donkester 1. Äh, okay, bei dem müssen wir aufpassen. Der Donkester Zug muss da runter. Muss man den ja nicht falsch schicken. Okay. Der ist unterwegs. Da kommt dann noch ein anderer. Das passt. So. Er ist noch da drin. Erst wir machen da die Vorschau einmal da rein. Und du fährst dann auf die 3. Ist ein bisschen uncool. Aber so können sie sich wenigstens ein bisschen ausweichen. Jo. Passt. Wobei, der hat hier so einen 4er SPL-Teil. vielleicht wäre es ausgegangen, dass er dann hier ankommt, der hier gerade wegfährt und dann da reinfährt. Hm. oder er bremst. Wir tun das jetzt mal beobachten. Gleis 8. Also, ja, Gleis 8, der nächste. Wo bist denn du hin? Hello Gate 2. Der will nach da oben fangen, von Gleis 8. So, dann kommen Church Fenton um 8 nach, Gleis 2. Ist auch ein, oh, der fährt noch 120. Alles klar. Bild dann auf Gleis 7. Kann man das schon mal einstellen, dass du auf Gleis 7 willst. Und First 2, wie noch York 3. Spannend. Oh, ja, genau. Der Donkaster Zug. 7 Minuten. Ich kümmerle dann. Ah, was was mit dir? Warte ich noch. Ne, eigentlich nicht. Ich werde hier die automatische Fahrstraße auflösen. Also, das heißt automatisch permanente. Du fährst dann hier rein. und dann da runter. Dankeschön. Bist du eigentlich schnell unterwegs? 160. 160, zweimal. Okay, der ist am ersten drin. Ich glaube, die Lösung ist schon okay. Fünf Minuten bis Harrogate. Oh, geil. Ich glaube, das geht auf. Die werden sich da schön kreuzen jetzt. Aha. Ich habe mal was Schlaues gemacht. Moin. Da ist der 7er Zug jetzt. Eigentlich, wenn der dann Harrogate 2 fährt. Vier Minuten. Mal schauen, ob es ausgeht, dass er dann da durchfährt und ansonsten fährt er unten durch. So wie er hier. Ja, das ist fast zeitgleich. Hahaha. Coole Sache. Wessen dort ein Assonatis ist ausgehend. Interessiert mich also nicht. First, zwei Züge 14 noch. 24 noch. Churchfind noch 20. Und 2. Ist auch wieder ein langsamer. Ja. Hm. Geil. Fahrstraße. Oder? Ja, 3 Minuten. Ich glaube, das geht sich aus, dass du dann da oben fährst. Und dann hier Harrogate 2. Und tschüss. Erledigt. Weiter geht's. Ja, perfekt. Perfekto. Noch ein vergessen? Nö. SPL drehen. Ah, also für Rushhour ist jetzt ja nicht so viel los. Ah, stimmt. Wo musst eigentlich du hin? Ah, du fährst nach Harrogate. Du musst drehen, bitte. Eine halbe Stunde stehst du da. Ja, ja. Mach mir nur mein Gleis dicht. So, immer noch die 7. Oh, du musst dann wenden, sehe ich gerade. Ja, Fahrtrichtung ändern machen wir, wenn er im Bahnhof ist. Ja, da ist noch einer. Ein Hochgeschwindigkeitszug 200. Vielleicht Nages T. Jörg Gleis 3. Ja, jetzt kannst du viel mehr haben. Alle da. Ja, gut. Passt eigentlich. Von Gleis 3, wie geht es bei dir weiter? Ah, der fährt auch nach Doncaster. Da drüben kommen jetzt noch ein paar. So, einmal schneller bin ich. So, Doppelgaritur. Du, einmal wenn den Blick jetzt nach Church Fenton wieder zurück. und dann auch gerade wieder automatisch einstellen. Ah, der nächste. Ja, Gleis 1. Gleis 1 ist da unten. Und slow. Äh, 1 fährst und du da ab. Oh, der fährt jetzt gleich mal ab. Äh, Donnkeste. Use the right lanes. Das sind so 200er. Also, er war ja dann eigentlich auf Fast unterwegs. Wobei, ja, okay. Äh, Collegie, du fährst auf Fast und fährst dann auf Donnkester 1. Sobald da frei ist. Nein, alt, aah. Du fährst mal bitte so. Dann fährst du so. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Du wolltest auf die 1 zu drehen. Kannst du mal voreinstellen. Sonst noch eine Überraschung hier? Ne. Oh, es kommt auch mal was von Donnkester. Um 25. Bist du noch schneller? Oh, das ist auch ein Express. Ja, eigentlich kann ich das Ganze hier gerade wieder lassen. Äh, gut. Ah, er fährt Church Fenton 1. Bist noch da unten und dann lassen wir den Schnellenzug da zuerst das irgendwie runter. Damit er ja nicht warten muss. Melden 1, Jog 2. Komm, das stellen wir schon mal ein. Gut, äh, ja, mehr gibt es nicht zu tun. Vorspulen. Das ist jetzt vom Timing her sehr gut aufgegangen. Okay, dann so, wobei der Donnkester zukommt jetzt. Das ist vielleicht nicht so schlau. So, weg mit dir. Nein, scheiße. Ich habe den Zug im Sehen. Oh, no. Äh, shit, der hat unterbremsen müssen. Der muss auf Jog 10. Au, 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 au. Punkt, der Abzug. Es ist nicht mehr perfekt. Jetzt kommt der Donnkester. Bleibst du da stehen? Uh, nee, der fährt durch. Nee, der fährt kurz. Oh, nein, der bleibt kurz stehen. Äh, was mache ich denn jetzt? Du, Kollege, musst du so fast. Aber das blockiert mir der Zug jetzt hier. mit Fullspeed unterwegs. Ähm, ja, du wirst warten, bis der da runtergefahren ist und dann fährst du da rauf. Und dann kann der da rüberfahren. Und ich hoffe, er macht die Fahrstraße zuerst. Gefährlich. Oh, da kommt noch einer. Ja, Gleis 5. Äh, ist da. Ja, warte mal, von Gleis 5 geht's wie weiter? Punkt, heißt er. Ah, nicht klar, schön. Gott sei Dank hat sie eine fette SPL. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit zum reagieren. Bei dir stimmt's, oder? Äh, ja, Jorg 1. Geil, Express wird jetzt da gleich runterdüsen. Ich bin ja mal gespannt, mit welcher Geschwindigkeit er das macht. 120. Ich bin aber flotte Weichen da. Sehr geil. Ja, geil. Er hat die Fahrstraße zuerst gemacht. Da wird er hier warten. Coole Sache. Schön, wenn der Plan funktioniert. Wo müssen wir hin? Auf Jorg, Gleis 9 im Anschluss. Okay, er ist eingestellt. Ah, da kommt er ja. Guten Tag. Church Fenton 4 um... Moment mal, kommt noch einer von Donkester? Oh, bist du... Ist auch so ein Highspeed. Ah, nicht klar. Und da ist er auch schon. Ja, Gleis 9. Oh, viereinhalb Minuten. Wir kriegen auch von Church Fenton Zug. Der fährt aber nach 160. Der kommt auf Gleis 4. Der muss um 8, 7, 30 in York sein. Du musst um... 41 in York sein. Das heißt, der Church Fenton Zug fährt da zuerst durch. Bitteschön. Auf York Gleis 10. Dann war das hier. Und anschließend fährst du wieder auf Fast. Und fährst dann auf die 9 wieder. Schöner Wechsel. Einmal 9, einmal 10 von dem Gleis aus. Der fährt wieder auf die 1. Und der fährt Donkester. Bist du denn schneller? Bist du denn schneller? Alle klar. schon gut. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich würde den halt so gern da unten hinschicken. Das wäre viel geiler von den Weichen her. Aber gut. Was kommt da fast? Muss nur der Zug das hier frei machen. Wir schätzen bei euch aus. Er will nach First 3 zu drehen. Und tschüss. 14 Minuten. Diese lange halte ich hier immer. So, weiter geht's. So, das ist sich sehr gut ausgegangen. Der läuft. So, auf die 10. Das stimmt. da kommt der nächste. Der möchte auf York Gleis 5. Wie kommst du, Kollege? So, wir haben den nächsten für S3. Der fährt eben gerade hinterher. Gleis 4 noch gar nicht genutzt da oben. Okay, Harrogate 1 kommt jetzt wieder in den Zug um 37. Wagt man noch, bis er da ist. Ansonsten Church Fenton 2. Ich höre auf der langsamen. Ja, ich muss sagen, anders wie in Regensburg, was ein bisschen eine FTL-Katastrophe war, läuft jetzt hier eigentlich ganz gut. Das ist aber auch hier gar nicht so stressig wie in Regensburg. Liegende Wechselhoben. Sehr geil. Ja, nicht beschweren, dass du verroten bist. Oh, doch. Du musst ja noch vielleicht. Nein! Der hat komplett angehalten. Okay, das ist Strike Nummer 2. Nicht so cool. So, Church Fenton 2 machen wir dann gerade wieder permanent. sobald's frei wird. Ah, so ein shit. geht. Dann nehmen wir's auf First 4. Dann haben wir gleiche Situationen wie vorher wieder. Ach, warte mal, wenn der auf First 4 muss, hat er auch ein bisschen umständlich, aber wir können's aber gleich wie vorher machen. oder ist er schlau? Naja, ich glaub schon. Ich bin mal unschlüssig. Soll ich den da unten rein oder oben? Zeit läuft aus. Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Mach das bitte wie vorher. Mach's mal wieder wie vorher. So, und dann wirst du auf die 4. Es ist die Weiche da. Okay, du wolltest dann auf die 8. Das war 6, 7. Ah, das ist 8. Das ist da unten. Können wir dann hier auf die 8 einfahren. Sonst nein, den ich beachten muss. 6 Minuten. Ah ja, die Züge muss ich noch beachten. Ja, gleich 7. Machen wir mal hier. Eine bei uns im Bahnhof. Das erste. Und der nächste. Der will dann auf die York Gleis 6. Das ist da oben das Arallelgleis. Ah, wobei, das kann ich mir sparen, jetzt hier schon mal Fahrstraße anzumelden. Weil er nach Church Fenton 3 fährt. Wer 201. Okay, äh, Moment mal. Church Fenton 3. das passt mit High Speed. Perfekt. So, er ist drin. Er fährt jetzt los. Er ist genau wieder wie vorher. gut, er ist vorwart. Nein, der muss auch noch für das 3. Okay, das ist jetzt so semi-parallel. Ich glaube, da kriege ich jetzt einen Bremser. was mache ich mit dir. Eine Minute fährt er los und ich kann den halt nicht losschicken. Außer, außer, ich weiß noch was gemeines. Man kann er so erstmal fahren. aber man muss trotzdem warten, bis der hier zumindest das Tor vorbei ist und dann kann er weg. Oh, Junge, bitte gib Gas. Oh, da kommt der Nächste. Jogles 5. Ja. Ich, ich wüsste nicht, wenn man es etwas anders machen soll. Der muss hier bremsen. So, war weg. Da kommt was. Jog 5. Nach, das da glaube ich war es. Zwei Minuten hat der hier noch, bevor der Express hier wegdüst. Ich werde euch jetzt auch so auch denken, was ich da jetzt hier mache. Dann kann man das ja gar nicht perfekt machen hier. Oder zumindest, ich wüsste nicht wie, außer, dass ich eben die so verkehrt geschickt habe, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. was ist eigentlich Schnee? Na ja, die ist jetzt sogar der Straub beim Anhalten an Signalen. Bisschen blöd. Na ja, ist die Rush aber. So, so mein Junge, du fährst 120. Du bist auf George Fenton 1. Können wir machen. Da komm, schick mal hin. So, jetzt können wir das hier machen. Du fährst dann auf First 3. Tschüss. Arrowgate 2. Ähm, bei dem machen wir es, was zum, ach, einfach nur den Lock. Du fährst dann so, so und so. Dann werde ich eingestellt. So, Lock, was willst du machen? Du willst noch Melton 1. das ist dann eh auch der Zug. Viel Spaß bei deiner Leerfahrt. Er will auf die 6. Können wir jetzt einstellen. Gehst du noch mal hin? Nö, der endet auch bei uns. Oh, das Kärchen. Ja, dann wird es jetzt, glaube ich, langsam wie. Mo, nein, Nein, Scheiße. Halt, halt, halt. Komm, schnell drauf. V, 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 Ach, no. Noch ein Strike. Ah, no, 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 no. Auf die 11. So ein Shit. Okay. Da, wieder einmal rüber. Dankeschön. Ah, bitte einmal noch rüber. Ah, Mann, ich muss besser aufpassen. Schade. Auf die 3 bei dir. ne, klar. Ich meine, er sitzt da in seinem HST drin, 200er Weg, denkt sich, ja, geil, kann rasen. Der darf rot zu. Kurz vor rot. Ja, schalte mal auf grün um. Ah, die Freude ist hochgeschnitten, vorerst. Die wird mich so lieben als vor den Slider. level of yorkleis 1. Machen wir. Einmal da runter. Eingestellt ist es. Church Fenton 4 kommt der nächste. Können wir das schon mal hier einstellen. Er will dann, ja, gleich 7. Ist das hier. So, du bist wieder ein Hochgeschwindigkeitszug. du willst auf die 3. Das ist das da, wollen wir hier wieder löschen. Wenn du da hier auf die 3 willst. Das war's, wir machen das jetzt mal hier wieder permanent. Just for the time being. Und gestern müssen wir halt wieder manuell machen. Ach so, warte mal, wo muss denn der jetzt hin? Der muss ja auf die 1. So, dann mit dieser Reihenfolge. Cool. Mach's wohl. Was ist denn das? Das ist Geldsymbol? Das ist ja aber erfolgreich ein Zug abverricht. Ja, ich glaube schon. Ah, nicht Symbol. Äh, Soundso. Äh, Aussprache, Bravura. Oh was, du fährst. Nein, der hat eine Durchfahrt. Longcaster 1. Und ist auch noch ein 200er. Ah, ich hab schon wieder gefällt. Ah, Mann. Aber wo halte ich den Vorplan? Es konnte auch nicht so schwer sein. So, du fährst erst mal so. und er fährt dann nach Longcaster runter. Okay, jetzt mal das. Sorry. Ah, der ist jetzt aber auch gestraft. wär für den Einfahrt auf 5 nicht irgendwie geiler gewesen. Naja. So, du musst auf first 3. Bitteschön. Und tschüss. Sonst noch ein... Nö. Ah doch, der da. Der will noch auf die 7. Eben. Ähm... Ja, Gleis 1. Warum ist das jetzt? Wieso sieht das jetzt so aus? Irgendwas stimmt doch nicht. Naja, egal. Du bist hier noch am Fahren. 200. Ja, passt. Ja, das sind jetzt wirklich die letzten. Ja, einmal schnell, bitte. Ja, die letzten. Derzeit ist auch keiner mehr. Vier Züge. Werden vermutlich alle hier enden, oder? Ja, er endet. Er endet. Sind weg. O-ke. Dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, bis der letzte hier verschwindet. So. Die würde noch. Ja, hat Spaß gemacht. Oh, was? 100% hat gereicht. Präzisionswertung 2019 von 680. Abzüge. Bremsen, 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 bremsen. Steht vor Signal, bremsen vor Signal. Ich glaube, er hat sich... Na klar, ein bisschen war es von mir vorbei, aber ich glaube, das Score stimmt hier nicht ganz. Ja, ähm, der ist da links. Das war ein bisschen doof. Da hätte ich mal ein paar mehr Punkte rausholen können. Und, ähm, das, wo ich die Züge da vorbei habe fahren lassen, also bei dem zweiten Mal, glaube ich, wäre es echt nicht anders gegangen. Naja, aber, netter, kleiner Dienst hier in York. Wenn es euch gefallen hat, lasst freischen Dämmen nach oben da, so wie ich jetzt hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Bis dahin, macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.